Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so einen Fahrrad-Gepäckträger richtig an so ein Fahrrad dran machen kannst, damit du danach einfach hier schön was draufstellen kannst und vor allem nichts in die Speichen gelangen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal sollten wir schauen, ob unser Fahrrad überhaupt für einen Gepäckträger geeignet ist. Hierfür benötigen wir nämlich hier oben einmal eine Bohrung mit einem Innengewinde, auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel und hier unten auch nochmal eine Bohrung mit einem Innengewinde. Auf der anderen Seite natürlich wieder genauso, denn da wird später der Gepäckträger festgemacht. Doch diese Bohrungen mit dem Innengewinde haben eigentlich die meisten Räder. Zuerst einmal müssen wir den Gepäckträger von der Höhe einstellen. Wir müssen also schauen, dass dieser natürlich nicht zu weit unten ist, dass er auf dem Reifen schleift und zu hoch schaut auch nicht wirklich toll aus. Hierfür haben wir hier unten einmal solche Lochplatten, die man noch etwas einstellen kann. Also ich kann diese von der Länge her variieren, entweder etwas länger machen oder etwas kürzer machen. Hierfür gebe ich einfach einmal meinen Gepäckträger hier oben drauf, halte mir diesen einmal hin und ich finde von der Höhe her passt es auf jeden Fall so, wie es auf der Seite ist. Hier habe ich nämlich gerade eben auch schon etwas umgestellt. Ich habe also eineinhalb Löcher hier unten frei und dasselbe mache ich jetzt hier drüben auch noch an dieser Lochplatte. Hierfür muss ich in meinem Fall mit einem 5er Imbus einmal diese Schraube hier oben einfach gegen den Uhrzeigersinn lösen. Und wenn diese gelöst ist, kann ich dann auch schon die Lochplatte unten etwas verstellen. Die Schraube ist jetzt gelöst. Jetzt muss ich sie noch leicht nach oben heben, dass sie aus der Lochplatte rauskommt. Die Lochplatte einfach leicht nach vorne schieben, bis das nächste Loch erreicht ist und die Schraube hier oben wieder reinleihen. Zuerst mit der Hand und dann wieder mit unserem Imbusschlüssel hier. Ich gebe mein Gepäckträger jetzt mal von oben hier drauf, schaue einmal, dass die Löcher bei den Lochplatten unten schon in etwa bei diesen Schraubenlöchern dort sind und dann gebe ich einmal meine Schraube hier per Hand rein, schaue, dass das natürlich gerade anpackt, wie es jetzt schon der Fall ist. Ziehe noch etwas fest und dann mit der anderen Schraube von der anderen Seite auch noch leicht festziehen. Die beiden Schrauben kannst du jetzt übrigens auch schon mit einem Imbusschlüssel, bei mir ist das jetzt ein 4er leicht einmal anziehen. Wichtigerweise ist nur, dass du den Gepäckträger danach einfach noch ausrichten kannst, also bewegen kannst. Der nächste Schritt ist, dass ich einmal diese Befestigungsstange hier oben etwas locker bekomme. Hierfür habe ich hier oben eine Imbusschraube und hier innen drin noch eine Imbusschraube, also wieder mit dem Imbuss oder per Hand geht es bei mir zum Beispiel auch, dass alles hier etwas locker drehen und auf der anderen Seite genauso, dass wir einfach diese Befestigungsstange hier einmal schön hin und her wackeln können, dass wir auch diese nun hier unten festmachen können. Hierfür wieder die mitgelieferte Schraube einfach nehmen. Diese gebe ich hier in das Innengewinde rein und das kann ich jetzt wieder per Hand etwas anziehen und danach natürlich mit dem Imbusschlüssel noch festmachen. Doch immer daran denken, nach fest kommt ab. Und dasselbe Spiel mache ich auf der anderen Seite dann genauso. Meine Schrauben hier vorne sind jetzt schon schön festgezogen. Jetzt schaue ich mir jedoch mal die Schrauben hier oben noch an. Diese haben einfach die Funktion, ich könnte jetzt diese Befestigungsstange hier noch etwas nach innen beziehungsweise nach außen drücken. Ich habe hier jedoch eh nicht relativ viel Spielraum. Deswegen kann ich diese jetzt auch schon mit meinem Imbusschlüssel endgültig festziehen. Hier natürlich auch, weil er darauf achten, nicht zu fest. So, das passt schon. Gerade eben habe ich schon gezeigt, dass hier drinnen auch nochmal zwei solche kleinen Schrauben sind, welche einfach die Funktion haben, dass sie den Gepäckträger hier mit diesen Befestigungsstangen schön festhalten. Also schaue ich jetzt zum Ende noch, dass mein Gepäckträger relativ gerade ist. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel schon der Fall. Bei diesen könnte ich jetzt noch leicht hin und her bewegen. Und wenn dieser passt, so wie es bei mir jetzt der Fall ist, gehe ich mit meinem Imbusschlüssel hier nochmal rein. Ist etwas blöd, weil hier nicht so viel Platz ist. Und dann ziehe ich diese Schrauben auch noch fest. Und somit ist dann hier das obere Teil von meinem Gepäckträger schon schön festgezogen. Danach solltest du natürlich nicht vergessen, dass hier unten auch noch auf jeder Seite eine so eine Schraube ist, die wir nur nicht ganz fest angezogen haben. Das machen wir jetzt noch. Und somit ist der Gepäckträger auch schon fest an unserem Fahrrad dort. Bei den meisten Gepäckträgern hast du übrigens noch die Funktion, dass du hier hinten zum Beispiel so ein Rücklicht bzw. einen Reflektor dann machen kannst. Würde ich dir auch unbedingt empfehlen, dass sich die Autos im Dunkeln einfach besser sehen können. Nicht, dass hier eine Tasche zum Beispiel dann dein Rücklicht verblendet. Das wäre natürlich nicht so gut. Mein Reflektor hat hier hinten jetzt einfach zwei solche kleinen Schrauben. Die gebe ich mal hier durch diesen Rücklichthalter durch. Und dann das Ganze noch mit so einer Mutter hier hinten kontern. Und somit habe ich dann auch schon das Rücklicht dort. Der Reflektor ist jetzt auch dort und somit haben wir auch schon unseren Gepäckträger richtig an das Fahrrad drangebracht. Und das Fahrrad ist wieder einsatzbereit. So ein Gepäckträger hier ist wirklich Gold wert. Denn man möchte ja auch nicht ständig den Rucksack mitnehmen und dann ist der Rücken wieder komplett durchgeschwitzt. Wenn du jetzt für zu Hause so einen Gepäckträger, das entsprechende Gepäckträgerlicht, einen Inbusschlüsselsatz oder vielleicht sogar gleich ein neues Servat zulegen möchtest, weil deines daheim einfach schon mal relativ alt ist, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersielen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.